Oh mein Junge Alter Das ist irgendwie komisch Nein, oh mein Gott, nein Ganz kurz wichtige Ankündigung, meine Freunde Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit diesem Video Ich bin heute endlich wieder unbend auf Twitch, meine Freunde Und der Stream startet heute um 16 Uhr rein in die Masse Und am Wochenende gibt's auf Schmacko-Fans, der hat noch 24 Stunden Stream Mit dabei, unter anderem mein Gast, der bei VD Schaut auf jeden Fall heute Abend den Stream rein, das wird eine geile Nummer Lukas, schau, dass du mit dabei bist, haut da rein, bis dann, ciao Yo, was geht, meine lieben Freunde Willkommen zu diesem wunderbaren Video, heute mit dabei Leider mal wieder jemand, den wir lange nicht mehr Ey, warte mal, warte mal, wo war dein Lukas, das mag ich seit 20 Jahren nicht mehr, lass es einfach Echt? Heute mal wieder jemand dabei, den wir tatsächlich lange nicht mehr hier auf dem Kanal Gestern war es, es war gestern Leider Gottes wieder mit dabei, bei dem, meine Freunde Es ist wirklich so, ich finde keinen anderen, ich finde keinen anderen Ich wirklich, pass auf, weißt du was, wir versuchen es jetzt einfach mal Oh du Mann, guck mal, ganz ehrlich, ich bin ja ein ziemlich großer YouTube-Kanal, ne? Ja Hast du einfach Bock, ganz kurz, äh, Vive zu ersetzen auf meinem Kanal? Ja, warum nicht? Dann ganz kurz irgendwas Lustiges vielleicht sagen so Ich bin fett Ja, ne, das ist nicht das gleiche wie bei Vive, tut mir leid, ich mag dich zu sehr, ich will dich nicht beleidigen Ich nehm doch wieder Lukas, mach's gut, hau rein, danke dir Okay, tschüss Ja, keine Ahnung, irgendwie kann ich, irgendwie kann ich den nicht beleidigen, ich hab zu viel Sympathie für den, nicht so wie bei dir Ich mach'n Pammelerei vor, ich kann nicht Nichts Spot not怎樣 auf der Küche, was hab ich heute gegessen? Brötchen, ich hab' noch Brötchen, ich hab' Ah geil Das ist Chef Strobl! Chef Strobl hat immer so ne kleine Cam! Chef Strobl hat immer so ne kleine Sch*** Facecam! Warum, ey? Was, was, was? Das ist die kleinste F***! Was, was, was? Stark, 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 sehr stark! Gib mal deine Facecam an! Das ist die kleinste Facecam aller Zeit! Digga, dieses Interfacer mit dem Sub-Counter! Ist du bescheuert, Alter! Was soll das? Digga, ohne Witz dein Sub-Counter! Sieht aus! Das war so groß! Das stimmt, das stimmt! Du bist einfach so ne Legende, weißt du das? Webcam-Filter! Guck mal, hier zwei! Oh nein, Digga! Ja, weiß ich auch nicht, was jetzt hier ist gerade! Ich nehme heute das Opening als Dämon auf einfach! Junge! Oh, Digga, Warzone! Pro Gameplay in coming, Achtung! Ey, wieso hat der nicht den? Wieso hat der nicht den? Ey, weißt du was? Der ist ein finnischer Move! Dumm, Junge! Digga, finnischer Move, Bruder! Nee, komm, hau raus! Oh, Junge, Alter! Der hat sich doch voll geschissen! Da hab ich aber den Clip gesehen, als Monte bei ihm war! Junge, Junge, Junge! Und Monte hat gefragt, ob er überhaupt furzen darf bei ihm! Das fand ich ehrenhaft, Digga! Das ist korrekt! Das ist lieb, das ist lieb! Ja! Ich hab bei dir aber auch schon mal gefurzt! Ich hab bei dir schon mal gefurzt! Ich hab bei dir schon mal gefurzt auf dem Kopfkissen! Du war... Real Talk, guck mal! Du warst doch lieber hier! Okay, Leute! Jetzt mal ganz kurz! Soll ich mal einen Vlog machen, wie ich E-Vive besuchen gehe? Einfach einen Vlog, wie ich zu E-Vive fahre! Ich mach ne Roomtour von seinem Haus, obwohl er es nicht will! Ich zeig alles! Macht Fynn im Haus! Ey, nein, das nicht! Doch! Lasst jetzt mal einen Daumen nach oben da! 15k likes! Ich fahr runter zur Vive und Besuch hin! Schreibt mir in die Kommentare, was ich in seinem Haus anstellen soll! Jetzt hast du den Salat, Lukas! Digga! Ich werd jetzt nicht zu tief einarbeiten! Guck mal, Alter! Videoaufnahmegerät existiert! Ach, Digga, Max! Okay! Cam Link! Hallo! Immer komplett Black Screen und Ton aus! Wir tun das! Welche Taste ist nochmal? F10! F10 ist Ton aus? Einfach so? Ja! Bruder! Wie geht der Ton nicht aus bei F10? Hast du ein KD, Call of Duty? 3-6! 3-6! Bei mir geht der Ton nicht aus! Ja! Was ist Ton aus? F10? Spielst du auf PC? Mit Controller? Hallo! Oh mein Gott, ich spiel auf der Playstation! Du bist so doof! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, das muss auch von Hank gesagt werden! Das Ding hat! Ich bin raus! Ich bin raus! Nein! 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 Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh Bro! Hey, ganz ehrlich! Manchmal glaub ich nicht, dass er das... Also das muss... Das ist glaub ich nicht mit Absolutsied. Das ist einfach nur Dummheit! Caruso! Du hast die Chance! Gib dir ein Küsschen! Auf keinen Fall! Gib dir High Five! Ja, schreiben alle immer! High Five! Aber die Cam ist doch jetzt zu Ende! Ja, du schiebst jetzt eine näher an die andere ran! Nicht geschafft! Social Distancing! Lockdown! Garantäne! Schieb dir eine näher an die andere ran! Nein! Das ist das Vollche Strobelding! Ich will auch nicht so, dass der andere Typ mir halt irgendwie so auf die... Mach jetzt! Gib dir einen High Five! Los! Auf die Pelle rückt! Oh ja! Das ist irgendwie komisch! Nein, das machen wir nicht! Wir gehen wieder! Jeder bleibt da, wo er hingehört! Ah, shit! Magst du Pizza anhaft? Nee! Aber warte! Ich glaub... Schon! Also nach dem Spiel was anderes... Okay! Okay! Oh, Leute! Time ist hier! Wir zocken heute Monopoly! Junge Max, Alter! Bitte nicht, ey! Soll ich's doch nicht anmachen? Soll ich Fettladen machen oder nicht? Leute! Ja? Jetzt raft euch mal und lasst endlich Floß fahren! Oh! Junge Max, Alter! Lass es doch sein! Das macht doch nur alle an! Wir sind aggressiv, Bro! Oh, jetzt wird's richtig lost! Oh, Junge! Ich hör mal die richtig dummen Begriffe! Wer hätte grad die Tippe gezeichnet? Ich? Ich? Hä? Okay, okay, okay! Scheiße! Was ist das? Wo steht das Wort? Keine Ahnung! Fuck! Ein Tisch! Man muss ja raten, das hätte Sinn! Ich glaube, es soll eine Sonne sein, oder? Nein! Ist das ein Pferd? Was ist das? Ist das eine Katze? Ein Hase! Ne, eine Katze, ja! Maaass! Was? Ich hab gesagt, ich möchte nicht mitspielen! Einer schlitt Katze rein! Wie ist das? Der Katze ist ein Puma! Ein Puma! Ach, Digga, Alter! Oh mein Gott, Junge! Meine Mom! Ja, Rocky ist sein Vater, der ist zu Besuch über Weihnachten! Also, jetzt könnt ihr mir kurz seine ID geben, oder? Wo ist, wo ist Rocky gerade? Was macht der gerade? Sein Vater! Äh... Der liegt hier gerade! Warum? Der liegt da? Was macht der genau? Ja! Wo liegt der? Bei dir im Raum? Ja, rechts vor mir, ja! Wo genau? Hat der Platz, oder? Ja, der hat sich ein Körbchen neben mir! Das ist dein Hund! Wie der Vater! Da liegt sich manchmal bei mir, oder? Ich hab euch noch so ne Decke eigentlich unter meinem Tisch ausgebildet, dass meine Füße nicht treibt, weil er liegt, dass ich immer so glatt drauf übel entspannt habe. Ich habe hier warme Füße! Und... Oh, das ist wohl ein Assis, Digga! Sein Wann, Max! Sein Wann! Theoretisch noch wie so ne Massage-Ding, weil der brummt, äh, schnarcht auch immer! Dann brummt der immer so! Das ist ja nett auch über die Feiertage, ne? Dass du da den Rocky bei dir aufnimmst! Das war so gut! Das war so gut! Äh? Und dann schnarcht der liegt auf dem Mond und wer hat dir die Füße! Ja! Ja! Das ist dein Vater! Hatte deine Freunde das zuerst? Oder du? Wie lange schon? Und erzähl mal! Okay? Mach mal Corona-Reparat! Okay? Ähm... Ja, meine Freundin hat er das zuerst! Hat es dann mir gegeben! Aber wir leben in einem Haushalt, das ist ja normal! Wahrscheinlich hatte ich es auch schon, bevor sie es, sie wusste, dass sie es hat! Äh... Nicht Spoilern! Nicht Spoilern! Nicht Spoilern! Nicht sagen, was es ist! Du darfst enttäuscht oder nicht enttäuscht sein, du darfst nicht sagen, was es ist! Das Schlechteste! Das Schlechteste! Das Schlechteste! Junge! Drecks Pokémon wirklich! Kann bauen, er muss bauen, er muss bauen, er muss bauen! Mann, Revi ist am Anfang! Mann, ey Revi, halt mir bitte deinen Maul! No Joke! Äh, Kevin sagt gerade, deine Tipps sind nice! Was... Ja, wo ist Bastien? Dann soll er jetzt... Was hat er noch? Orange bauen! Dann soll er bei Orange bauen! Soll er bei Orange bauen! Ey, das ist halt klasse! Jeder von denen darf einmal, dreimal schießen! Scheiße! Drei Mal, dreimal, dreimal, dreimal! Drei Mal, dreimal! Drei Mal! So nicht! So! Das ist ja Ultra-Zoom! Wie viel Zoom ist das denn? Kannst du nicht im Objektiv drehen? Oder was da für ein Objektiv drauf? Nee! Du hast kein Objektiv, was du drehen kannst... Ich hab so ein Hyper-Facecam-Objektiv! Nee, wartet mal! Das ist kein Zoom! Das ist kein Zoom! Die Festbrennweite! Guck mal! Och Junge! Max, ganz ehrlich... Komm, Digga, sch*** drauf, Leute! Ganz ehrlich, schaut euch die Rest des Videos gerne selber an! Wir sind an der Stelle doppelt und dreifach raus! Schaut gerne bei LostBones vorbei! Haben wir irgendwas vergessen? Ja! Perfekt, Leute! Hau da rein! Bis zum nächsten Mal! Ciao!